Garten. So, die gehen hier lang und da lang. Oder drücken wir mal runter hier. Boah, ich dachte, hier kommt's nicht mehr draus. Und das wird hart, fällt hier drauf rein. So. Schott. Hauptdurchgang. Garten. Seh ich den Garten jetzt da? Der richtige Garten? Ja. Ich lebe noch mal einen Gang. Natürlich. Natürlich. Ich lebe noch mal einen Gang. Oh, Juhl. Oh nein. So, um so ein Stolibold. Schott. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist das ein Zombie irgendwo? Wo sind wir hier eigentlich? Theater? Casino? Ich glaube, hier sind wir falsch. Irgendwie so das Gefühl, dass wir nochmal in den Garten müssen. Ich weiß auch nicht warum. Garten. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir im Garten noch vergessen haben. Oh nein. Jetzt wo waren wir denn vor uns? Oh ja, Wachstation. Haben wir eigentlich die Wachstation schon durchgeguckt? Oh, es kratzt und knarzt wieder. Oh nee. Das kratzt und knarzt noch nicht wegmachen. Jetzt ist es sehr komischerweise wieder. Mhm. Komische Sache. Ist denn hier schon drinne? Ja, ne? Äh. Oh. Und? Ich weiß nicht, ob wir hier schon drinne waren. Ne, ne? Oh, wo, wo, wo? Wo ist denn? Ich könnte mir jetzt mal einfach mitnehmen. Das ist toll, da muss ich mal hier liegen. Ich weiß ja schon mal, ne. Ne, die Taste machen für das, das halt Ding. Ne, das weiß ich aber. Oh, wenn wir überhaupt mal keine Gesundheit haben. Oh, wir haben überhaupt mal keine Gesundheit. Oh, wir haben überhaupt mal keine Gesundheit. Oh, wir haben überhaupt keine Gesundheit. Das laden wir schon mal direkt mal eins einsetzen. Das mal direkt mal eins einsetzen. Was denk ich hier? Nicht so. Das gibt es hier. Und ne Dose gibt's hier. Das liegt eh noch. Wir brauchen mehr Abkampfwerteinheiten. Wir können die doch ohne hier hinsetzen. Auch ohne unbedingt können die Möglichkeit mal zwei in acht Module einzusetzen. Boh. Was haben wir denn die Module hier? Das ist Wahnsinn. also einen geltlichen feld sind wir überhaupt nicht geltlichen mittel hier fällt uns nicht oh nein, jetzt endlich kann man wieder verwenden für uns so, andere Anti-Entropie das hat sich gelohnt schlimmer in der Waffe jetzt wollen wir nämlich noch gar nicht oh der Tag 5 geobereigt, warte ich nicht, das haben wir noch nicht Rackstation Wartungslücke geöffnet, wo geht's denn hier hin? Wofür noch gar nicht? Wo hol ich doch mal? Was tun wir denn hier? Das Hammermodul, mehr Granaten Wo geht's hier hin? Ist das hier Casino oder so hier unten oder was? Weil er so blinkt und blitzt Ist das hier mit Casino hier unten oder Autodisco oder so was? Wir haben jetzt überhaupt nicht mehr rauskommen hier Oh shit, wir haben überhaupt nicht mehr rauskommen jetzt hier Wo? Ich verspilspeichern und gucken, dass ich hier runterkomme Hier komm ich nie runter Tucken Aua Sehr sehr aua Hm Die da wie Laserlight Show hier Laserlight Show Achso das war das Jetzt sind wir ja wieder hier jetzt in der wo das automatische Klavier gespielt hat. Du wohnst die Klos. Du wohnst die Klos. Ja, und leid ich hier. Bom. Sie sehen, wie du fließt. Ich sehe, wie du fließt. Ich sehe, wie du fließt. So. Ich geh nämlich mal so ein bissl auf dem Ack haben. Wartungswerkzeug. Anti-Entropie aktiviert. Ist das noch irgendwo ein Zombie? Der brüllt ja schon so rum. Oh, die Nachricht von Gottes. Wo brüllst du denn rum, mein Freund? Der ist bestimmt oben. Und ich wette. Ich wette, dass der oben ist. So, jetzt sag. Oh, 18. Splattergranaten. Das sind nur eine Splatterscheibe und eine Ionik. Brauchen wir nicht so'n Dreck. Das haben wir nicht so'n Dreck. Das haben wir doch schon alles. Keine Munition zum Nachhören. Anti-Entropie deaktiviert. Gibt's hier noch was? Hier hat er nichts. Hier gibt's was zum Kaufen. Das mal wieder reparieren. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo, bitte treffen Sie Ihre Auswahl. So, wir müssen uns noch mal... ...ein bisschen heilen. Dann wollen wir jetzt überall. Speichern wir mal und Großspeichern wir mal. Ja, könnte ja sein, dass wieder irgendwas ist, ne? Ich will da auf einen Knopf kommen oder so, wie vorhin. Ich knübel, eh. Wie ich groß. Na ja, Tabletons bauen, so. Oh, hier kann man grad nicht hoch. Ah, kommen wir hoch. Anti-Entropie abgegeben. Garten in die Richtung. Reisesaal. Wissen wir echt nicht, was lang geht jetzt hier? Wissen wir mal. Ja, wollen wir auch schon, ne? Speisesaal. Ja, wollen wir, glaub wir nicht. Doch, wollen wir schon, oder? Wollen wir eigentlich? So, Speisesaal und so. Jetzt sind wir wieder beim Chemielager. Naja, wir sind wieder beim Chemielager. Oh, toll. Und wir wissen überhaupt nicht, wo es lang geht. Ähm, Garten, Garten, Garten. Ähm, Garten, Garten, Garten. Da müssen wir ja dort lang, wo ich vorhin war. Anti-Entropie deaktiviert. Nehm ich da Garten wieder. Ne, wo war ich vorhin? Speisesaal. Garten. Garten bin ich in den Chat reingegangen, ne? Hier oben. Garten bin ich in den Chat reingegangen. Hauptdurchgang. Und hier hinten gibt's dann halt nicht mehr so viel zum entdecken. Gehen wir mal hier lang einfach. Wo uns vorhin hier so viel überrascht hat. Und... Wir verbleiben. Wo ist er denn, mein Freund? Da oben ist er. Ja, ja. Oh, oh. So, da waren wir ihn schon mal erledigt. Was gibt es hier so? Close gibt's hier. Clililililos. Ne, liegt einer auf dem Klo. Dann noch mehr Upgrade-Module. Ne, so. Ne, die brauchen wir eh nicht. wenn wir noch ein bisschen haben wir machen, muss mal ein bisschen Psi muss noch ein bisschen heilen geben wir uns mal Antientropie und Stärke geben wir uns auch noch und das geben wir uns auch noch ja, kann doch nicht schaden, muss das auch noch geben ein bisschen heilen Antientropie aktiviert Splitter, nehmen wir die normalen Crewquartiere brauchen wir noch die Crewkarte, die wir immer noch nie haben oh, im Abfallärmer liegen selbst Patronen, äh lull ich glaube, ich habe nämlich vorhin was gesehen close, shut up, nachher geht es runter so, no, da ist er doch dann macht er so eine große Antientropie deaktiviert dann macht er so eine großen Bubble wieder es ist natürlich auch, fueled mit dem wichtig sch ve gt